Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich dir gerne zeigen, wie du eine Progress Bar wie hier im Hintergrund erstellen kannst und zwar mit Prozentanzeige. In letzter Zeit wurde ich vermehrt danach gefragt, wahrscheinlich auch wegen dem Simple Script Creator, weil ich da sowas drin benutzt habe. Und die ganze Geschichte funktioniert eigentlich relativ einfach. Es gibt schon mehrere Beispiele dafür im Internet. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eines vom Menschen-Nick-Namen Wolf genommen. Die hatte ich damals auch selber noch auf dem PC gehabt, schon seit Ewigkeiten. Und daher dachte ich mir, die stelle ich auch gleich mal vor. Wir haben hier letztendlich die ganz normalen Import-Option-Strict-On-Anweisungen. Und letztendlich die Sache, dass halt unsere eigene Klasse von der Progress Bar halt eher Zusatzeinstellungen wie, dass das Control von uns selber gezeichnet wird, dass es einen Double-Waffer hat, daher nicht flackert oder weniger flackert. Und letztendlich, dass es auch eine transparente Background-Color unterstützt. Dann haben wir natürlich den ganzen Code, der dazu benötigt wird, für das eigene Zeichnen. Dafür befinden wir uns im Paint-Event und, und, und. Also es ist ziemlich gut dokumentiert, sodass man das halt gut nachvollziehen kann. Und ich hoffe, ihr habt dann Spaß damit. Ich denke mal, ich werde die Progress Bar dann im Video am Anfang verlinken zum Download oder dann halt in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.